Was geht ab meine Freunde? Herzlich Willkommen zu einem neuen Krypto-Update-Video. Ja, Bitcoin bei 27.115 US-Dollar. Ich war gestern etwas zu ängstlich, so wie es scheint. Ihr seht, zwei Setups, die wir gestern schon mal im Laufe des Videos besprochen haben, wären perfekt abgeholt worden. Warum, wieso, weshalb ich mich da nicht reingetraut habe, das werde ich jetzt auf jeden Fall im Video erstmal erklären. Tut mir leid, vielleicht haben es ja doch einige mitgenommen, die nicht in der Telegram-Gruppe drin sind. Wäre einfach nach jetzigem Stand perfekt aufgegangen. Ärgert mich jetzt auch im Nachhinein ein bisschen. Aber gut, gestern irgendwie war ich auch ein bisschen neben der Spur und ich habe auch dazu geschrieben, durch das Volumen habe ich mich da ehrlich gesagt nicht reingetraut. Ich weiß nicht, was ich da gesehen habe. War anscheinend nicht wirklich die beste Entscheidung, um das schon mal so ein bisschen vorwegzunehmen. Ja, ansonsten werden wir uns natürlich jetzt auch noch ein bisschen Ethereum anschauen. Auch hier schlechte News von meiner Seite aus. Aber gut, kommen wir auf jeden Fall gleich darauf zu sprechen. Doch bevor wir starten, lasst ein Video wie immer gerne ein Like da, abonnierter Kanal, wer es noch nicht gemacht hat. Und natürlich gerne in die kostenlose Telegram-Talk- und Signalgruppe rein. Schon wenn ihr Bock habt auf Updates, News etc. PP oder Trading-Signale, kommt da gerne rein. Der Link ist wie immer unten in der Videobeschreibung und natürlich alles for free. Gut, damit würde ich sagen, gehen wir jetzt aber direkt rein in die Analyse. Wie gesagt, Bitcoin momentan bei 27.100 US-Dollar. Wir haben gestern darüber gesprochen hier oben. Ich würde gerne dieses Hoch bei den 27.600 US-Dollar shorten. Wir gehen nochmal ein bisschen zurück, schauen uns nochmal die Idee dahinter an, ziehen dafür uns nochmal das FIP-Level von dem letzten Hoch bis zu unserem Tiefpunkt. Habe ich dazu gesagt, okay, Golden Pocket ist jetzt nicht der Bereich, den ich rein shorten würde. Ich fixiere eher dieses Hoch hier oben ab, um die Liquidität, die wir hier drüben nochmal sehen. Sehr, sehr viel Short-Liquidität reingekommen, dass wir uns diese holen. Und im Endeffekt ist genau das passiert. Leider, wie gesagt, habe ich dann gestern noch in die Signalgruppe dazu geschrieben, zur Short-Idee aus Video. Da ist mir zu viel Schuss gerade dahinter. Deswegen habe ich jetzt erstmal die Marke von 28.000 US-Dollar in den Blick genommen. Ja, war dann wohl nichts im Endeffekt im Nachhinein. Vielleicht hätte ich doch reingehen sollen oder nach dem Stunden-Close, weil der Stunden-Close halt auch nicht bullisch war. Wir haben kein höheres Hoch drüber geschlossen. Man sieht es hier. Das war der Stunden-Close bei 27.500. Besser wäre es gewesen mindestens hier die 27.531. Die hat sich der Kurs nicht geholt. Wir haben drunter geschlossen und das wäre dann im Endeffekt das zweite Short-Zinger gewesen. Aber gut, was wir mal machen. Im Endeffekt, ich hoffe, irgendjemand da draußen hat es möglicherweise sogar mitgenommen, ohne meine sinnvolle oder dumme Idee, hier das mitzumachen. Auf jeden Fall sind wir dann heute Nacht in diese Box hier reingekommen bei den 26.933. Das war ja die Box, wo wir darüber gesprochen haben. In diesem Bereich ein Stunden-Demand-Zone. Wir haben hier eine Ineffizienz. Wir haben die gefüllt. Wir hatten hier eine schöne Vektor-Candle. Die wurde jetzt auch gefüllt. Und wir haben die Reaktion bekommen. Und es ging erst einmal zumindest kurzfristig nach oben. Die Reaktion an sich war jetzt ehrlich gesagt auch nicht wirklich bullisch. Wir schauen uns das Volumen technisch mal an. Klar, wir hatten hier einen kleineren Volumen-Vorstoß, was zu einer Vektor-Candle geführt hat. Die wurde jetzt, wie gesagt, erst einmal wieder aufgefüllt. Schön in die Einstunden-Demand. Ihr seht hier das Setup, was nicht richtig stimmt. Das wäre das Setup gewesen. Wäre nach jetzigem Stand erst einmal aufgegangen. Aber gut, was will man jetzt im Endeffekt hinterher trauen. War einfach dumm von meiner Seite aus. Eventuell kommen wir hier nochmal runter, holen uns vielleicht diesen Wig hier nochmal bei den 26.850. Das wäre dann nochmal so der zweite Entry, den ich mir eventuell nochmal vorstellen könnte. Ansonsten müssen wir jetzt einfach warten, wie sich der Kurs im Endeffekt weiterhin verhält. Aber das wäre jetzt so, dass wir eventuell nochmal hier ein bisschen tiefer runterkommen. Vielleicht unter dieser Vektor-Candle die Liquidität noch fischen, wo die ganzen Stop-Losses normalerweise liegen sollten. Und dann, dass wir versuchen, hier so eine Art doppelter Boden, ist natürlich technisch gesehen kein richtiger doppelter Boden. Aber für mich jetzt einfach mal so, um es die Kurzfassung zu machen, dass wir hier im Endeffekt dann einen neuen Impuls nach oben hinkriegen. Bis zumindest 28.300, 28.400. Das war ja so das Level, wo wir auch gestern drüber gesprochen haben. Wenn wir uns jetzt das Gesamtkorrektur-Level jetzt einfach mal angucken würden. Wir sind weiterhin auf einem Einstunden-Chart. Völlig egal, welcher Timeframe ist das gleiche Ergebnis. Aber wie gesagt, die 28.300 bis 28.500, das wäre jetzt so die nächste Etappe. Wegen der Supply da oben, wegen dem übergeordneten Golden Pocket von dieser gesamten Abwärtsbewegung, wäre das das übergeordnete Ziel, um dann gegebenenfalls den Short reinzumachen. Das habe ich ja auch gestern damit gemeint. Habe ich mich aber auch, glaube ich, falsch ausgedrückt, wenn ich das jetzt nochmal angucke. Nächste Mark von 28.400 mit Stop-Loss. War im Endeffekt auch falsch. Also ich war gestern komplett neben der Spur, weil im Endeffekt, habe ich ja auch gestern dazu gesagt, 28.300. Das ist so die Marke, die wir uns angucken sollten aufgrund des Golden Pockets. Wir haben hier auch noch so eine kleine Ineffizienz. Also wie gesagt, Ziel jetzt erst einmal im Laufe des Tages noch nach oben zu pumpen. Ich hoffe, dass wir hier eventuell nochmal runterkommen in diesem Bereich und dann gegebenenfalls noch eine Long-Position eröffnen, um den Bereich um 28.400 Maximum erst einmal anzulaufen. Übergeordnet gehe ich aber weiterhin davon aus, dass wir uns erst dann, sollten wir jetzt hier oben dann eben diesen bearischen Retest kriegen, in diesem Golden Pocket, weiterhin nach unten orientieren. Und dann den Bereich zwischen 25.300 und 24.000 US-Dollar anlaufen, weil dort einfach übergeordnet, dafür gehen wir jetzt mal in 4 Stunden Timeframe, sieht man es besser. Hier unten einfach unser Golden Pocket weiterhin liegt. Wir haben hier das 0,5er mit eben den gegebenenfalls Retest von diesen letzten Hochpunkten. Dort würde ich dann so langsam anfangen, mich in eine Long rein zu skalieren, beziehungsweise hier eine kleine Long aufzubauen. Ab 25.300, 25.400 und dann runter bis ungefähr 24.000 US-Dollar. Das ist so weiterhin der Plan. Wie gesagt, kurzfristig hoffe ich jetzt einfach nochmal, dass wir einfach nochmal in diese Box reinkommen. Ich war gestern irgendwie komplett neben der Spur, ich weiß nicht, was gestern mit mir los war. Sorry dafür, vielleicht konntest du, wie gesagt, trotzdem irgendjemand von euch da draußen mitnehmen und hat vielleicht nicht diesen kleinen Fehler gemacht, wie ich. Aufwärtsstruktur an sich, wenn wir jetzt mal hier ganz kurz das Setup ein bisschen weg machen, sehen wir auch, okay, wir bilden weiterhin höhere Tiefs, das ist gut. Aber wie gesagt, uns fehlt einfach dieser höhere Hochpunkt. Auch auf dem 4-Stunden-Timeframe sehen wir kein höheres Hoch. Wir haben drunter geschlossen, wir haben einfach die Liquidität über diesen Hoch abgegriffen. Jetzt gilt es halt darum, wir müssen hier wirklich über diesen Bereich der 27.600 oder zumindestens mal hier die 27.480 mal mindestens einen 4-Stunden-Close drüber kriegen. Sollten wir den kriegen, dann sieht die ganze Sache gar nicht mehr so schlecht aus und wir können wirklich Richtung 28.300, 28.400 diese Hochpunkte hier drüben einfach abgreifen, wo wir drüber gesprochen haben. Hier liegt auch noch eine Menge Liquidität. Die holen, Golden Pocket, Liquidität holen, Supply Zone, die wir hier oben haben. Sehr, sehr viel Übereinstimmung und dann im Endeffekt die Reise nach unten hin antreten. Ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass wir sogar diesen Bereich heute noch im Laufe des Tages anlaufen könnten. Gut, das war es jetzt erstmal zu Bitcoin. Wie gesagt, großes Sorry nochmal von meiner Seite auf jeden Fall. So, dann gehen wir rüber zu Ethereum. Schauen wir uns auch mal hier mal an so ein bisschen. Wir gehen in den 1-Stunden-Timeframe, weil auch hier eigentlich relativ das Gleiche passiert, wo wir drüber gesprochen haben. Ihr seht hier, das war so der Kursverlauf. 1-Stunden-Demand-Zone, 1-Stunden-Vektor-Candle, was wir hier unten haben. Wir sind eingetaucht in diese Zone und haben den ersten Impuls nach oben hin bekommen. Prozentual dürfte es jetzt ehrlich gesagt noch nicht so viel gewesen sein. Es war jetzt ein 1-Prozent-Move, also ist noch nicht alles verloren. Hoffnung ist weiterhin, dass wir uns vielleicht doch nochmal hier diesen Wick holen. Gleichzeitig, die Short-Position, die wir auch gestern hier oben besprochen haben, wurde leider auch nicht abgefischt bei den 1.846. Wie gesagt, ich weiß echt nicht, was gestern mit mir los war, gestern komplett neben der Spur einfach, dass ich das auch vercheckt habe. Also auch die Short-Position wurde nicht gehebelt. Leider, weil im Endeffekt hätten wir dann hier ein bisschen hedgen können. Wir hätten die Short-Position offen, hätten hier unten ganz easy die Long-Position ein bisschen kleiner eröffnen können. Und dann von beiden Seiten im Endeffekt die Profite rausziehen. Und je nachdem, für welche endgültige Richtung sich dann der Kurs entscheidet, die hätten wir dann mitnehmen können. Errors-Eye-Technisch passt alles noch auf jeden Fall. Wir bilden weiterhin höhere Hochs, zumindest in dem kleineren Abtrend. Wir bilden weiterhin höhere Tiefs, sieht auch ganz gut aus. Wichtig, jetzt gehen wir in den 4-Stunden-Timeframe, schauen uns das auch nochmal an, wie es hier aussieht. Wir müssen auf jeden Fall hier mindestens mal den Bereich von 1.860 überwinden. Und wir haben gestern auch schon mal darüber gesprochen, das übergeordnete Ziel liegt hier oben bei den 1.911 bis 1.920. Das ist so dieser Short-Bereich, den ich mir momentan ein bisschen vorstelle. Das Golden Pocket hier oben. Ihr seht auch hier noch so eine kleine Volumenansammlung in diesem Bereich. Ist zwar jetzt nicht phänomenal viel, trotzdem sollten wir diesen Bereich meines Erachtens nach einfach nochmal anlaufen, um die Liquidität aus diesem Bereich hier einfach nochmal rauszuziehen. Setup-technisch habt ihr auch hier schon so eine kleine Vorstellung, sind 2,88 Prozent, ist ein bisschen viel. Eventuell werden wir hier mit zwei Entries arbeiten, aber momentan suche ich jetzt erstmal noch, wie gesagt, erstmal noch nach dem Long-Einstieg. Ich hoffe, wie gesagt, dass wir uns den WIC hier einfach nochmal holen. Ansonsten seht ihr da irgendwas und ich bin gerade irgendwie wieder ein bisschen neben der Spur. Schreibt mich gerne auch privat oder wie gesagt, in der Telegram-Gruppe an. Da könnt ihr jederzeit einfach reinschreiben, wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder Sonstiges. Oder sagt, ey Manu, guck mal, Ethereum ist jetzt da und da. Was sagst du dazu? Schreibt es einfach rein, dann verchecke ich es auch auf jeden Fall nicht. Ja, das ist auf jeden Fall erstmal der Plan. Volumentechnisch geht es hier noch ein bisschen bergab. Also auch keine wirklichen Volumenimpulse momentan nach jetzigen Stand. Schauen wir mal, ob, wie gesagt, dieser Bereich hier nochmal angelaufen wird und wie die Reaktion dann hier unten ist. News-Technisch kommt heute nichts. Wir haben schon im Wochenausblick drüber gesprochen. Montag, Dienstag, Mittwoch nichts wirklich Phänomenales hier, was läuft. Donnerstag Arbeitslosenzahlen. Könnt ihr eventuell ein bisschen Bewegung reinbringen. Aber ansonsten erwarten wir momentan zumindest nicht wirklich viel. Kurzer Blick vielleicht noch auf den US-Dollar. Können wir uns auch mal ganz kurz angucken, wie der sich mittlerweile verhält. Also auch hier kommen wir langsam so unserem Ziel ein bisschen näher. China verhält sich momentan sehr, sehr gut. Genauso wie wir es prognostiziert haben. Erstmal ein bisschen runter. Wie gesagt, Ziel-Area liegt hier unten bei den 102,15 circa, um hier den Retest dieser ehemaligen Range, die wir schon seit Wochen hier immer wieder besprochen haben, nochmal antesten. Und dann gegebenenfalls auch den Euro dann zu shorten. Setup und sowas kommt dann auf jeden Fall noch. Und auch natürlich der Euro-Chart. Gut, dann würde ich sagen, noch ganz kurz zu den News. China und Blockchain-Unterstützung trotz Kryptoverbot. China und Blockchain-China will 500.000 Blockchain-Experten ausbilden, nachdem ein neues nationales Blockchain-Forschungszentrum gegründet wurde. Und das, obwohl alles da drüben verboten ist. Komische Zeiten. Nee, Spaß. Ist ja klar, im Endeffekt, ich glaube, 20 oder 23 Prozent der ganzen Mining-Power kommt immer noch aus China. Kann man übrigens nachgucken. Ich glaube, das wollte ich auch euch schon mal zeigen oder mal vorstellen. Ja, auf jeden Fall. Auch dort läuft es voran. Ich glaube, auch China wird sich dem langfristig nicht entziehen können. Gut, damit würde ich sagen, war es das wieder von meiner Seite. Ich wünsche euch auf jeden Fall schon mal einen schönen Start in den neuen Tag. Eventuell hören wir uns später nochmal. Kann ich aber nicht versprechen. Wie gesagt, ansonsten kommt gerne in die Telegram-Gruppe, in die Talk- und Signal-Gruppe. Und dann war es das von meiner Seite. Ich wünsche euch einen schönen Start in den Tag. Macht was draus. Und ja, bis dahin. Ciao, ciao. Und wie immer, stay crypto.